Musik Ich habe mich jetzt natürlich bewusst auf Ihnen gegenübergestellt, weil ich auf der Seite der Schüler stehe. Denn dieses Speed-Dating ist natürlich dazu gedacht, dass wir miteinander ein wenig warm werden, Sie auch ein wenig verstehen können, als Mensch kennenlernen. Und dann lässt es mich natürlich auch verstehen, warum ich jetzt teilweise Fragen stellen werde, die so einen direkten Bezug zur Politik nicht haben. Anfangen tun wir, weil es relativ aktuell ist. Erstmal mit der Frage, Halloween oder Karneval? Karneval. Alles klar. Simpsons oder Family Guy? Family Guy. Donut oder Bagel? Bagel. Lieber in der Sauna mit Donald Trump oder Wladimir Putin? Ich gehe gerne in die Sauna. Bezogen auf Ihre Wahlkreise, wohnen Sie in Ratigen oder in Mettmann? Ratigen. Papst Franziskus oder Papst Benedikt? Papst Benedikt gibt es ja gar nicht mehr. Also nur mit Papst Franziskus. Bad Weiser oder Frühkölsch? Bad Weiser. Fußball oder American Football? Fußball. Deutscher oder Europäer? Europäer. Gauland oder Wagenknecht? Eieiei. Wie war es zwischen Pest und Koller? Das habe ich mir immer gesagt, aber das ist wirklich schwierig. Ich würde jetzt Ladies First, wenn ich Wagenknecht sage. Game of Thrones oder House of Cards? House of Cards. Reiseziel Balkan, Serbien oder Kosovo? Das ist sehr schwierig. Da steht ganz viel hinter. Beide Länder sind schön. Aber ich heiße mal Kosovo, weil ich viele Kosovaren bei mir war. Genau. Danach wird es eine Zeit. Da könnte ich mir ein schöneres vorstellen, wenn ich da mitnehmen würde. Aber es ist wichtig, dass wir uns jetzt nicht reflexartig oder wie auch immer von den Amerikanern abwenden. Amerika ist nicht Donald Trump. Er ist die wichtigste Figur. Er ist der mächtigste Mann dieses Planeten. Ob uns das gefällt oder nicht. Er ist demokratisch gewählt worden. Es ist auch nicht an uns, deren Wahlsystem, da macht euch hier keiner, zu kritisieren. Die Popular Vote, also die tatsächlichen Zahlen. Die meisten, die haben ja gar nicht gewählt. Kann man lamentieren. Das ist ein funktionierendes demokratisches System, das auch einem Donald Trump nicht nur zulässt, sondern auch aushalten muss. Und ich sage, mit den Wirtschaftsdaten und wenn man das, die Entwicklung verfolgt, wird er, bin ich fest von überzeugt, auch ein zweites Mal wiedergewählt. Wenn es um den CDU-Vorsitz geht, würden Sie da eher für Merz, Spahn oder für Frau Kramp-Karab-Bauer tendieren? Sven Vollmer, okay. Wenn er oder eins zu Hause hat und er wollte sich mehr darum kümmern, dann haben wir wieder auf die Heimatscholle zurückgegeben. Keine Ratingen.